Welcher ist? Äh, wo ist das? Der Bahnhof. Vorne. Vorne. Hier. 1000 Meter weit. Er schlappt noch in der... Ja, was? Könnte ich gerade auch machen, aber... Es ist... Es ist ein Spiel. Bist du heute eigentlich nicht in der Schule? Wer, ich? Nein. Jimmy? Ja? Bist du heute eigentlich nicht in der Schule? Ja, ich bin krank. Ich auch. Du bist selbst krank. Oh, küss sie, küss sie! Oh, küss sie, küss sie! Ich kann es nicht so übertreiben. Der kann doch echt beleidigen, also... Ich auch. Ich auch. Lass sie mal lieber. Ich auch. Was habt ihr für komische Probleme? Keine Ahnung. Äh, keine Ahnung, ich glaube nix. Weißt du, ja? Ich hab gar nicht... Ich hab gar kein Problem mit mir. Ich hab gar nicht... Ich hab gar nicht... Ich hab gar nicht... Nein! Ich hab' nicht... Nein! Es ist noch kein Da, was ist mit dir los! Nein, er schließt von sich auf andere. Ich hab' nicht geboren. Wir brauchen Coca! Wir brauchen Tastentücher für Coca! Coca-Cola! 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 Co-Cola! Coca-Cola! Leute! Bisschen ruhiger! Hallo! Das reicht. Du bist live. Du musst nicht so viel Blödsinn erzählen. Ich gönne nur den Loothof. Ohne euch. Ja, ich brauch sowieso kein Blödsinn. Ich hab's ja schon. Ich bin tot, 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 tot. Da hättest du mal gesagt, ich will euch vor Blödsinn. Oh, der hätte eine Krone. Dann nehme ich die doch. Besser nicht. Ey, darf ich die Arm? Nein. Oh Mann. Ich wusste, dass du das fragst. Willst du... Müssen wir die Kids haben? Ne, das braucht ja der andere. Komm zu dir. Und dann möchte ich mit Teilhaben gefangen. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, war sowas von klar. Hast du dich echt vom Brot killen lassen? Nein. Ich bin ein Schilder, man darf mich nicht bemerken. Ich darf man auch nicht mehr, aber ich wurde bemerkt. Kommt doch mal weh. Ja, ich komme rückte, ich komme schon. Ich bin ein Schilder. Ich bin ein Schilder. Ich bin ein Schilder. Ich bin ein Schilder. Wenn ihr pusht die, ich hole die. Oder? Ne. Wo die. Da? Wolltest du woods weggehen? Bist du 갔cht? Wolltest du mich nicht weggehen? Bist du gestorben? Wolltest du nicht weggehen? Kannst du mich nicht weggehen? Wolltest du auch zwei straffen? Ich würde auch zwei straffen, oder nicht? 's. Ich will dort. Dort und unter. Ich nehme deine goldene Waffe. ich muss jetzt mal das Auto klaren die sind weg da war die Flutlack da war der Flutlack Oh no! Einer ist dead. Ich geh in den Tresor. Ich hab jetzt schon zwei Tresor-Cut. Ja, ich geh geh geh! Aber ich find wieder den Tresor. Ich geh auch in den Tresor. Ich find wieder den Tresor. Mein Wartner ist auch deine goldene Waffe. Ich, äh... Uuuuh. Wo kann man das rein? Ich, äh... Ah! Erstmal deine goldene Waffe hier. Nein. Ey, ich wollte gerade den Schneeband. Und hier. Medikit. Zur Sicherheit. Und du bist jetzt ein Schneeband. Oh no! Hat nicht funktioniert. Hab ich hier, du kannst mein Arm und... Jetzt bin ich ein Schneeband. Ja! Bin ein Schneeband, bin ein Schneeband. Nein! Ich hab jetzt schon zwei Medaillons und erstmal den Tresor nicht bekommen. Zwei? Ja. Glückspilz. Ich geh zur Insel. Ich muss da hin. 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 Ich muss da nicht hin. Hi! Ah! Das möchte jemanden umfallen. Jetzt hast du Eisräder. Ja, siehst du, jetzt haben wir auch gleich einen Unfall gebaut. Ich hab auch... Hier. Ich bin der erste, der oben ist. Uh! Vielleicht können wir wieder ein Eisauto. Ich bin der erste. Los! Los! Ah! Mein! Das ist der Auto. Watch out! Watch out! Ich weiß, ich brauch deine Hilfe. Hallo! Hallo! Ja! Ich brauch Hilfe! Ja, irgendwie kommt doch schon. Bist du nicht einzelt hier? Maul! Boah! Da hab ich drei Medaillons. Drei? Oh mein Gott! Möchtet ihr Medaillons haben? Vier? Oh ja, ich, ich. Ich, ich. Aber jeder nur eins. Jeder nur eins. Hier sind drei Medaillons. Ich möchte drei. Jeder nur eins. Ja gut, dann nehm ich mir selber eins. Eins nehm ich mir selber. Ich geh hoch! Ich würde den einhauen. Ich bin der erste. Ich hab den Preis gewonnen. Ich hab sie doch gerade alle ge... Ich bin grad aufgenommen. Bei mir. Es ist zu spät, jetzt geh ich auf die Insel. Hi, Astra. Kannst du was sagen, wo? Ich hab die gerade aufgenommen. Ist der Gegner bei dir? Nee, nee, wo? Ja. Ey, ey, die war meiner! Bitte! So! So! Ja! So, was? Na, hey, Bot! Was wirst du besser? Eine kritische Waffe oder lieber für Kohle? Ja! Ja! Ich hab mein Futter nicht! Oh, Abstauber! Ja! Ja! Irgendeiner von euch hat... Ja, ich bin der erste, der immer lobt! Ich hab gar keine Kills! Ich kann nur abstauben, sorry! Also, ich was, das ist bei dich zwei! Das war wahrscheinlich Wasser oder so! Nee, es geht ja auch nicht! Der ist ja irgendwo dahinten! Doch, ne ich was! Oh, ich bin gerade in die Luft! Mein ganzes Loot wohl da gelootet! Oh, danke für deine goldenen Waffen! Hier ist Rift! Hier ist Rift! Nein, was? Ich hab sie auch! Ey, hier ist Rift hier! Oh, hier oben gibt's den Rift, ne? Ich bin guter hier oben, dass er das Glück den Glücksplatz hat! Oh, nein, nein! Ich bin das besser nicht! Ey, wir kommen gerade weg! Ah! Ich steh mich schon mal! Du hast jetzt Glücksplatz! Ah, fang dich schon mal an! So! Endlich! Gehen! Ich war zu viel! Ein! 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 Ah! Ein! Ah! 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 Ich komm doch nicht mehr raus! Ich komm doch nicht mehr raus! Jetzt so! Geht von der Suge! Hier sind wir geile Arme! Da brauche ich nicht! Ich bin jetzt runter! Ich spring jetzt runter! Ich spring jetzt runter! Habt ihr jetzt zwei Medaillen? Die Medaillen? Ich brauch keine! Ich brauch keine! Oh, die, äh, komm, lass uns erstmal den, äh, äh, Dings! Ist nur noch ein Gegner! Ach so, ja, stimmt! Oh Gott, wie kriegen die eine Krone? Hä, Baby, ist das beste Loot auf einmal! Hat jemand von euch noch so'n Medaillon? Nein! Ich hab drei Stück! Schauen wir mal mal die Krone, bitte! Auf keinen Fall! Nein, ich möchte auch keinen! Ich kann dir drei Medaillons geben! Kann ich eben machen! Aber du wolltest die eben auch nicht! Ich hab die eben auch schon mal angeboten! Du hast aber 29 Kronen, äh, Kronensiegel! Warte! Ich muss mal proben, ob das stimmt! Ich hab nur acht! Äh, was meinst du, wie ich die erreicht habe? Ich hab nur drei! Komm! Ach! Komm schon! Ich geh jetzt hier rein! Oh mein Gott! Kannst du die geben? Ich hab nur acht! Äh, was meinst du, wie ich die erreicht habe? Komm! Komm schon! Ich geh jetzt hier rein! Komm bei mir! Zwei Autos fußem! Ich hab den gekillt! Ich hab den gekillt nervig war auf die Krone! Brrr Ich hab noch 13 Kills geholt, obwohl ich am Anfang gar nichts gemacht hab! Mablau Bять! Ich habe gar keine Kids. Wollen wir alle wieder lobbyen oder was? Lobby.